Schrauben, schieben, schummeln. Die miesen Tricks der Automechaniker. Nr. 1. Der vorzeitige Teiletausch. Auch wenn das Auto im ersten Moment rund läuft, es muss regelmäßig in die Inspektion. So auch das von Lisa. Dabei geben die Hersteller verschiedene Zyklen vor, nach denen ihre Modelle durchgecheckt werden müssen. Für den alten Dreier-Golf hat Lisa schon einen Termin bei ihrer Werkstatt gemacht. Bei mir beim Golf ist jetzt die Inspektion fällig und ich vermute, der TÜV ist jetzt auch wieder so weit. Dann würde ich sagen, fahren wir das gute Stück am besten mal auf die Hebelbühne, wir schauen uns das an und gucken einfach mal, was wir da machen. Oft sind es vor allem die Verschleißteile wie Bremsen, Stoßdämpfer oder auch gerne die Radlager, die die Werkstätten tauschen. Warum? Gerade bei Bremsen gibt es für sie eine hohe Gewinnspanne. Günstig eingekauft, teuer verkauft. Obwohl die auszutauschenden Teile noch einige hundert bis tausend Kilometer länger halten würden, werden sie gewechselt. Der Trick, die Mechaniker setzen hier auf die Ahnungslosigkeit, aber auch auf den Sicherheitsgedanken der Kunden. Damit würde ich nicht weiterfahren, löst sofort ein ungutes Gefühl aus. Klar, wer würde schon seine Sicherheit leichtfertig aufs Spiel setzen? Kosten hier 350 Euro. Doch was tun, wenn man zum Beispiel wie Lisa so gar keine Ahnung von Autos hat? Rat weiß Henning Busse. Der erfahrene Autojournalist hat langjährige Erfahrung mit der Kfz-Branche und führt selbst regelmäßig Werkstatttests durch. Er kennt die Tricks der Mechaniker. Wenn die Studentin ihr Auto in die Werkstatt bringt oder jeder normale Autofahrer sein Auto in die Werkstatt bringt, sollte er womöglich nicht sagen, macht mir bitte das Auto für die HU, also für den TÜV fertig. Weil das ist ein Freibrief in der Werkstatt, im Grunde genommen alles auszubauen und zu reparieren. Deshalb ist es wichtig, sich vorher konkret alle Mängel zeigen und erklären zu lassen. Der Werkstattmeister sollte dabei alle anstehenden Arbeiten schriftlich fixieren. Man sollte auch gleich auf den Auftrag vermerken lassen, dass man die, dass die Allteile entweder, dass man sie mitnehmen möchte oder dass man sie sich auf jeden Fall anschaut, bevor man eine Freigabe für eine größere Reparatur gibt. Das ist ganz wichtig. Der zweite Trick. Aufpassen sollte man auch bei den Arbeitsstunden. Harald und Chrissy mussten letzte Woche ihr Auto in die Werkstatt bringen. Durch einen Steinschlag bildete sich ein Riss in der Windschutzscheibe. Die Folge, ein kompletter Austausch. Guck mal, das war Windschutzscheibe, Reifenwechsel, Arbeitsstunden 690 Euro. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Am besten, wir fanden es gleich in der Werkstatt und schauen, was da los ist, weil das kann nicht sein. Das ist doch viel zu viel. Die Materialkosten sind oft noch nicht mal das Teure an der Rechnung. Mehr, der Einbau bzw. Austausch geht richtig ins Geld. Über 300 Euro nur an Arbeitsstunden für die beiden. Natürlich kann es immer zu Komplikationen kommen, doch für den Kunden nicht unbedingt nachvollziehbar. Der Trick? Bei den eigentlichen Arbeiten ist der Kunde natürlich nicht dabei. Und als Laie kann man schwer einschätzen, wie lange man für bestimmte Arbeiten braucht. Dabei geht jede Arbeitsstunde ins Geld, gerne mit bis zu 60, 70 Euro. Und die Kosten trägt der Autofahrer. Also alle Autohersteller geben für ihre Fahrzeuge Arbeitswerte vor. Arbeitswerte heißt, eine bestimmte Reparatur darf nur so und so viel Zeit dauern. Und diese Arbeitswerte kann man erfragen, wenn man skeptisch ist, ob die Arbeitsstunden, die aufgeschrieben worden sind, auch wirklich der Realität entsprechen. Erfahren können Sie die Zeiten beim Hersteller. Geld sparen können Sie mittlerweile auch mit Hilfe von vielen Websites. Hier stellen Sie Ihre nötigen Reparaturen online und lassen sich von verschiedenen Werkstätten ein festes Angebot machen. Nummer drei der miesen Tricks der Automechaniker – die Flüssigkeiten. Der Klassiker. Auf der Rechnung tauchen Scheibenwischwasser, Öl und Bremsflüssigkeit auf. Doch zu sehr hohen Preisen. Wasser für die Scheibenwischer kostet im Baumarkt circa drei Euro. Doch daran würde die Werkstatt nichts verdienen. Auch beim Öl tackt man gerne in die Kostenfalle. Den Ölwechsel, den machen wir gleich mit. Okay, ich erinnere mich beim Öl das letzte Mal. Da war ja der Liter bei circa 30 Euro. Das ist ja schon teuer. Der Trick. Mit kaum etwas lässt sich schneller Geld verdienen als mit Flüssigkeiten. Für das Auffüllen der Scheibenwaschanlage zahlt man in der Werkstatt gerne mal 20 Euro. Noch teurer Öl. Hier werden gerne synthetische Premium-Öle angepriesen, weil sie angeblich besser für den Motor sind. Für bis zu 30 Euro pro Liter. Natürlich gibt es Motoren, die brauchen zwingend besondere hochwertige Öle. Doch die Motoren der meisten Autos eben nicht. Die Werkstätten behaupten natürlich schon, denn der teure Schmierstoff kostet gern mal das Zehnfache. Um zu sparen, sollte man deshalb einfach sein eigenes Öl mitbringen. Im Handel gibt es günstigere Öle, schon für 6 Euro pro Liter. Wichtig ist, nicht nur auf die Viskosität des Öls zu schauen, sondern auch auf das Etikett hinten auf der Flasche, weil da sind Freigaben vermerkt. Und die Freigabe auf dem Etikett muss mit der Freigabe in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges übereinstimmen. Wenn die Nummern identisch sind, kann man das Öl bedenkenlos benutzen. Trick Nummer vier, wie manche Autowerkstätten die Rechnung nach oben treiben. Die Schnäppchen-Angebote. Bei Harald und Chrissi steht demnächst ein Ausflug in den Süden an. Nach dem langen Winter wollen sie ihr Auto aber erstmal durchchecken lassen. Und gerade jetzt werben viele Werkstätten mit Frühlings- oder Urlaubschecks wie passend. Diese gibt es teilweise schon ab 14,95 Euro. Zum absoluten Schnäppchen-Angebot. Also ich sehe, wir können ohne Voranmeldung gleich hinfahren. Das wäre direkt hier in der Nähe. Können wir uns ja mal angucken. Ich glaube das machen wir, weil liegen bleiben wir nicht mit dem Auto jetzt echt nicht. Für einen angeblich unschlagbaren Preis soll das Auto wieder fit gemacht werden. Doch kann sich das für die Werkstätten überhaupt rechnen? Der Trick, mit den Schnäppchen-Angeboten locken die Werkstätten ihre Kunden an. Ja, Frühlings-Angebot. Haben wir noch, klar. Lass uns das Auto am besten gleich da. Wir kümmern uns schon. Reingefallen. Denn ist das Auto dann erstmal in der Werkstatt, gibt es auf einmal unglaublich viel zu reparieren. Ja, hallo. Ja, hallo. Maja von der Werkstatt. Beim Check haben wir eben festgestellt, die Bremsen sind runter, der Auspuff wackelt und die Stoßdämpfer sind feucht. Naja, sie sind der Fachmann und die Sicherheit geht vor, dann machen wir das so. Geht in Ordnung. Ja, danke. Von 14,95 Euro auf knapp 360. Das ging schnell. Was sollte man bei den angeblichen Top-Angeboten beachten? Wenn es wirklich nur um Kleinigkeiten wie einen Öl- oder Radwechsel geht, dann kann man auf einen Kostenvoranschlag verzichten. Ansonsten darauf bestehen und sich danach zeigen lassen, was angeblich kaputt ist. Der Vorteil. Mit einem Kostenvoranschlag in der Hand lässt sich das Angebot mit denen anderer Werkstätten vergleichen. Außerdem darf der Zuschlag für mögliche Mehrarbeiten maximal bis zu 15 Prozent betragen. Der letzte Trick der Mechaniker? Die Angst vor Kontrolllämpchen. Das ist vielen von uns mit Sicherheit schon mal passiert. In der ungünstigsten Situation geht eine Kontrolllampe an. Na und jetzt? Der erste Griff geht in der Regel zur Betriebsanleitung. Dort sind einige Fehler zwar grob erklärt, allerdings kommt man um einen Besuch in der Werkstatt nicht drum herum. Von alleine verschwinden logischerweise die wenigsten Fehler. Hallo, grüß Gott. Mir ist gerade die Kontrolllechte angegangen. Ich weiß nicht, ob das was Schlimmes ist. Können wir gleich machen. Schließen wir einfach kurz einen Motor-Tester an. Das Diagnose-Gerät kostet 25 Euro. In manchen Fällen gelten Warnlämpchen erstmal als Hinweis. Denn in vielen Autoteilen steckt Elektronik und die ist dann noch miteinander vernetzt. Ein kleiner Spannungsüberschuss lässt gerne mal ein Lämpchen aufblitzen. Um den genauen Fehler zu finden, braucht man dann ein Diagnose-Gerät bzw. Motortester. Der Trick? Die Diagnose-Geräte zeigen nur Fehlercodes. Wer weiß schon auswendig, was die bedeuten? Mechaniker kennen viele der Fehler, gerade wenn sie bei den gleichen Modellen immer wieder auftreten. Der Kollege ist ja schon einmal auslesen. Es scheint doch eine größere Sache zu werden. Was durch eine simple Fehlerlöschung vom Tisch wäre, zieht dann schnell eine größere Reparatur nach sich. Doch das muss nicht unbedingt sein. Ein Diagnose-Gerät bekommt man im Internet schon ab 25 Euro und kann damit den Fehler selbst auslesen. Die Fehlercodes findet man im Handbuch der Geräte. Das hat den Vorteil, ich kann zur Werkstatt fahren und der Werkstatt genau sagen, welcher Fehler vorliegt. Das spart mir Arbeitskosten. Grundsätzlich tricksen natürlich nicht alle Mechaniker mit der Rechnung. Aber Tests ergeben, dass es immer wieder Fälle gibt. Deshalb schadet ein zweiter Blick auf die Rechnung nie. Bis zum nächsten Mal.